Herzlich willkommen hier beim heutigen Thema. Es geht darum, wie du Struktur und Ordnung in dein Unternehmen bringst. Und ich habe wieder den Marvin dabei und ich bin Alex. Und wir geben dir eine konkrete Schritt-für-Schritt-Folge, jetzt wirklich an die Hand. Plus am Ende auch noch die Sache, die du wirklich beachten musst, damit du auch sicherstellst, die Strukturen eingehalten werden. Das ist immer so das. Man schafft Struktur, aber keiner hält sich dran. Wie sorgst du dafür, dass die Leute sich auch wirklich garantiert dran halten? Viel Spaß! So, das Thema ist sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach, weil die Strukturen in deinem Unternehmen, die sorgen am Ende dafür, wie zufrieden deine Kunden sind, wie zufrieden deine Mitarbeiter sind und deswegen auch am Ende, wie zufrieden du eigentlich als Inhaber deines Betriebes sein kannst. Die bestimmen einfach, wie groß dein Unternehmen überhaupt werden kann. Ja, eigentlich die Strukturen, die bestimmen alles. Und dementsprechend ist das eines der wichtigsten Videos, was du hier finden wirst. Ja, lass uns doch mal rein starten. Was sind so die Voraussetzungen für gute Strukturen? Ja, also das Erste ist relativ klar, also Struktur bedeutet ja, ich habe einen Ablauf, den ich wirklich auch immer einhalten kann, der immer gleich läuft. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich auch am Endeffekt ein Produkt habe, was irgendwie gleich läuft. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin der All-Wounder und mache alles für alle, dann wäre ich niemals eine Struktur, weil ich finde es keine gute. Also wenn man sich mal überlegt, wofür ist dein Unternehmen oder ein Unternehmen eigentlich da? Ein Unternehmen ist eigentlich dafür da, ein Problem zu lösen. Ein Problem, was ein Kunde hat. Ja. Und ein Problem braucht immer eine Lösung. Und wenn du aber sozusagen immer verschiedene Probleme hast, dann hast du auch verschiedene Lösungen. Ja. Und das wollen wir aber eigentlich nicht, weil wir wollen eigentlich in einem Unternehmen immer die gleichen Probleme, dementsprechend auch immer die gleiche Lösung. Und für diese immer gleiche Lösung kannst du dann einen Prozess schaffen, einen Ablauf, den deine Mitarbeiter dann erfüllen können oder erbringen können. Ja. Und dann zieht sich das von vorne bis hinten durch. Du bekommst Leute, die haben das gleiche Problem. Du bietest denen die gleiche Lösung an. Dementsprechend haben sie alle ein gleiches oder ein ähnliches Ergebnis und sind alle gleich happy. Ja. Wenn du jetzt aber ganz viele verschiedene Probleme und ganz viele verschiedene Lösungen anbietest, dann merkst du schon, dann gibt es ganz viele Kombinationen, die es geben kann. Und das Ganze wird einfach nur ein Wirrwarr. Und du wirst damit relativ wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich und kannst damit, du baust damit einfach nur ein Chaos auf. Deswegen, Voraussetzung für gute Strukturen und für gut organisiertes Unternehmen ist erstmal eine gute Positionierung. Das heißt, was sind Beispiele für Positionierungen? Zum Beispiel als Küchenstudio zum Beispiel aufgeschützt. Genau. Oder als Unternehmen für Bauelemente, was dann halt auch wirklich nur Terrassen, nicht dann zum Beispiel Markisen und vielleicht auch noch Fenster und Türen macht. Aber da ist auch, je mehr Produkte halt dabei sind, desto komplexer wird es wieder. Weil du eigentlich für jeden einzelnen Bereich an der Struktur bräuchst. Wir haben hier, wir sind jetzt hier vor kurzem in unser neues Büro gezogen. Da stand hier rechts neben unserem Eingang stand einfach ein Fahrzeug, da stand drauf. Terrassendächer, Boden verlegen, irgendwie gefühlt noch Rollrasen. Also da war alles Sonnensegel und das war einfach alles, was man irgendwie mal gehört hat, was irgendwie am Haus und rund ums Haus irgendwie ist, haben die angeboten. Und das ist natürlich kein Beispiel für gute Positionierungen. Ja, weil selbst wenn die Strukturen schaffen, wird es halt diese Diversität dazu führen, dass die Strukturen halt nicht gut sein können. Also die können auch Strukturen schaffen. Man kann mit jedem Unternehmen Strukturen schaffen. Klar. Aber es sind halt keine guten Strukturen. Nee, klar. Genau. Also das Erste, positionier dich. Positionier dich auf eine Produktkategorie, am besten ein Produkt. Je positionierter, desto einfacher ist es am Ende. Ja, genau. Wie macht man das jetzt konkret? Ganz wichtig, eine gute Struktur bedeutet ja, dass die Mitarbeiter, egal welcher Mitarbeiter, die Sache auf die gleiche Weise erledigen. Das ist im Grunde eine gute Struktur. Und dafür muss ich ihnen einfach vorgeben, was zu tun ist. Ich muss denen sagen, wie es erledigt wird. Das heißt, ich brauche auch Schulungsmaterial, was systematisch abläuft. Das bedeutet, es ist halt immer so das Thema, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter was erzähle, dann nimmt er immer nur 80% von dem auf, was ich dem sage. Und diese 80% gibt er dann halt wieder weiter. Das heißt, wir sind am Ende dann irgendwann, nachdem du es ein paar Mal erzählt hast, bei einer Quote von, keine Ahnung, noch 30% von dem, was du wolltest oder 40%. Das ist nicht so zielführend. Das heißt, sinnvoller ist es, wenn du zum Beispiel zu bestimmten Themen Videos aufnimmst, wo du einmal alles erklärst, dann guckt es dein Mitarbeiter an, hat deine 80% und der Nächste hat auch deine 80%. Das ist zum Beispiel so ein Riesenthema, was ganz wichtig ist, dass du strukturierte Schulung hast da drin erstmal. Weil selbst wenn du die geilste Struktur hast, wenn es ein Mitarbeiter immer wieder etwas anders erklärt, wird man sich nicht dran halten können. Ja, also im Idealfall ist es auch einfach so, dass du, wenn du einmal den Ablauf, so wie es für dich ideal ist, wenn du den einfach mal aufnimmst, einfach mal mit dem Handy daneben jemanden setzt und sagst, so schreiben wir das Angebot. Das kannst du theoretisch machen, indem du einfach dich an den PC setzt und das mal machst, beispielhaft. Und dann das Handy drauf hältst. Ja, einfach ganz stumpf eine Aufnahme so machen. Genau. Und damit kannst du schon mal diesen Prozess verewigen, sodass dann jemand anderes genauso machen kann wie du. Ja, genau. Und das ist auch, was du sogar gesagt hast, das ist eigentlich schon das Wichtigste für Strukturen überhaupt. Was ist eine gute Struktur? Im Endeffekt hast du schon Prozesse, die ideal laufen bei dir im Unternehmen. Das sind halt vielleicht nur 10% der Prozesse. Genau. Und was du einfach machst, ist diese 10% zum Standard zu machen. Das ist eigentlich das Ziel. Wenn du sagst, du hast 20 Baustellen, die du anguckst, das sind drei von richtig geil gelaufen, wirklich ohne Probleme gut durchgelaufen und die anderen 17 haben Probleme gemacht. Dann guckst du, was wurde bei diesen drei gemacht und das machst du zum Standard. Das ist eigentlich eine gute Struktur im Endeffekt. Was du dann für Tools, für Hilfsmittel nutzt, für Software nutzt, ist jetzt erstmal alles egal. Das ist alles austauschbar. Das ist ein Grund-Mindset oder so eine Einstellungs-Denkweise, die dazu führt, wie man eigentlich gute Strukturen schafft. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal die Positionierung, dann natürlich die Sachen, die gut funktionieren, zu einem Standard machen und das auch festhalten. Ja. Und dann muss man natürlich auch noch sich darum kümmern, dass diese Themen auch dann eingehalten werden. Ja. Genau. Und das ist jetzt der Sondertipp, wie sorgst du dafür, dass sie eingehalten werden. Da gibt es zwei Facetten, die du beachten musst. Punkt eins, die Akzeptanz der Leute. Punkt zwei, die kognitive Verfügbarkeit. Was bedeutet das? Die Akzeptanz der Leute, kannst du dir vielleicht schon denken, was das bedeutet. Die Leute, denen du die Strukturen mitgibst, müssen verstehen, warum die Strukturen da sind und müssen auch den inneren Drang haben, die auch wirklich einhalten zu wollen. Wenn du einfach sagst, hier ist jetzt die neue Struktur, so arbeitest du ab jetzt, dann werden die Leute eher den inneren Widerstand spüren, als da mitzugehen. Wenn du aber sagst, guck mal, wir haben uns folgendes überlegt, wir wollen gerne, dass ihr produktiver arbeitet, dass ihr entsprechend einfach schneller auch zu Hause seid abends, dass ihr halt nicht eine halbe Stunde Überstunden oder eine halbe Stunde Überstunde jeden Tag machen müsst. Halbe Stunde Überstunde klingt seltsam, aber eine halbe Stunde länger machen müsst jeden Abend, ne, und später bei der Familie seid, weil irgendeine Sache wieder nicht so geklappt hat wie vorgesehen, sondern wir wollen, dass die Prozesse gut laufen, dass ihr eher zu Hause seid, dass ihr mehr hebeln könnt und wir auch vielleicht sogar mehr Gehalt zahlen können mittelfristig euch. Trotzdem ist ihr vielleicht dann weniger Arbeit in der Zeit. Und das geht aber nur, wenn wir solche Struktur einhalten. Und dafür haben wir die Struktur jetzt geschaffen, der sorgt dafür, dass das und das und das eingehalten wird. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne, ne, also sie ist auch noch nicht perfekt, sie wird auch weiter verbessert in Zukunft, aber wir freuen uns über jeden Input. Wenn ihr so rangeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einhält, sehr, sehr groß. Zweite Sache, das heißt aber nicht die kognitive Verfügbarkeit, das heißt nicht, dass die Person immer auf dem Schirm hat, dass sie die Struktur jetzt einhalten muss. Dass sie immer auf dem Schirm hat, was es genau bedeutet, sie einzuhalten. Die hat vielleicht einmal das Video dazu geschaut, hat es nochmal erklärt bekommen irgendwie bei Nachfragen, aber weiß trotzdem nicht, was genau jetzt wohl zu machen ist. Und das sorgt dafür, dass die Person es gerne machen würde, aber nicht kann. Und genau dafür schaffst du Checklisten. Das heißt, du sorgst dafür, dass am Ende eines Arbeitsablaufs immer nochmal eine Checkliste gemacht wird. Die kann digital sein, die kann physisch sein, wo quasi nochmal die Kernelemente draufstehen. Das heißt, es ist nicht möglich, den Arbeitsschritt abzuschließen ohne die Checkliste auszufüllen. Das heißt, auch wenn die Person was vergessen hat, fällt dir das spätestens bei der Checkliste wieder auf. Das sind so zwei Sachen, also die Akzeptanz und die kognitive Verfügbarkeit möglichst hochsetzen, die dafür sorgen, dass es auch wirklich eingehalten wird. Und weder das eine noch das andere wird in den meisten Betrieben gemacht. Die meisten sehen überhaupt mal nur das Erste als Thema, kriegen es dann aber nicht hin, das zu kommunizieren. Auch da, wie gesagt, wir schulen da Partner sehr intensiv drin. Das heißt, wir wissen sehr genau, was man sagen muss, damit die Leute dann auch mitziehen. Weil im Endeffekt ist alles, was du für das Unternehmen machst, auch für den Mitarbeiter, weil es dem besser geht, weil er bessere Strukturen hat, weil er mehr Gewinn der gleichen Zeit erwirtschaften kann für dich, was dafür sorgt, dass er mehr Gehalt verdienen kann. Also hat alles seine Vorteile für ihn. Also das Ziel von der Checkliste ist wirklich, dass der Mitarbeiter, wenn er den Prozess abgeschlossen hat, am Ende nochmal durchgeht, habe ich dann alles erledigt, was drauf ist. Und wenn du dafür sorgst, dass das gegeben ist, also dass zum einen die Akzeptanz da ist, dass die Leute halt wissen, warum sie es machen und es auch gerne machen wollen und die kognitive Verfügbarkeit da ist, dass sie wissen, was zu tun ist, dann wirst du auch feststellen, dass die Prozesse wirklich eingehalten werden. Und die meisten beachten halt nur maximal den Initialschritt, nämlich dass sie den Leuten das irgendwie versuchen zu verklickern, warum das gut ist. Aber das ist halt nicht ganz so simpel in der Realität. Da muss man halt wirklich Fingerspitzengefühl zeigen und wir haben da ja komplette Programme, wo wir sich diese im Grunde damit beschäftigen, wir als A&M, wenn wir Partner beraten, wie sie genau diese Themen eben, also ein kompletter Bereich in dem Programm, wie man es dafür sorgt, dass die internen Widerstände zu befürwortern werden. Genau, das war es auch für das Video erstmal. Ich denke, da waren wieder viele Dinge drin, die du nutzen kannst. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Stell gerne deine Fragen, wo du sagst, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich das oder das strukturiere drunter. Dann können wir mal gucken, ob wir da mal ein Einzelvideo zu bestimmten Prozessen machen. Und ansonsten, folge dem Kanal auf jeden Fall, dass du nichts mehr verpasst in Zukunft. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.